Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Hub Stevens ist als Nachfolger von Domenico Tedesco bei Schalke am Ruder, Urheberrecht, Getty Image, seit gut einer Woche ist Hub Stevens bei Schalke am Ruder. Die Kremers Zwillinge haben an seiner Arbeit Gefallen gefunden und vergleichen ihn mit Jupp Heynckes. Die Kremers Zwillinge vertrauen im Abstiegskampf des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ganz auf die Qualitäten des Interimstrainers Hub Stevens. Es zeichnet ihn aus, dass er die Gelassenheit und die Erfahrung hat und mit Menschen umgehen kann, sagte Erwin Kremers im SIT-Interview. Der Schalker Jahrhundert-Trainer Stevens, der vor gut einer Woche die Nachfolge des gefeuerten Domenico Tedesco antrat, bringe ähnliche Fähigkeiten mit wie ein ganz großer der Branche. Das beste Beispiel war für mich Jupp Heynckes bei Bayern München. Der beste Mann überhaupt, aber nur weil er auch das Alter hatte, weil er drüber stand und weil er auch was zu sagen hat, so Erwin Kremers, das hat Hub Stevens auch. Ich bin der Meinung, dass er wieder die Kurve bekommt, jetzt das aktuelle Trikot von Schalke 04 kaufen, hier geht's zum Shop, Anzeige Kremer lobt Ben Taleb aus Helmut Kremers lobt Stevens für dessen erste Maßnahmen. Er hat sich durchgesetzt und Nabil Ben Taleb vom Training ausgeschlossen, sagte der ehemalige Nationalspieler, das sind Dinge, die die Spieler merken. Sie denken dann, wir dürfen doch nicht alles. Disziplin gehört dazu, die Kremers Zwillinge, die in den 70er Jahren auf Schalke Kultstatus hatten, feiern am Sonntag, 24. März, ihren 70. Geburtstag. Bis zum nächsten Mal.